Angekommen in der Bikeburg Republik Sölden, ging es dann auch schon direkt mit der Gondel hoch auf den ersten Trail. Jo Leute, was geht? In diesem Video stelle ich euch den blauen Own Line Trail vor. Ist ziemlich flowig mit vielen Pushwellen, Kurven und Sprüngen. Also macht somit echt viel Spaß und ich würde sagen, go. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Abteil der Strecke hat eigentlich echt mega Bock gemacht, da es viele Kurven gab, viele Tables zum Springen und ja, war echt cool gebaut. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. Der Park wurde jetzt schon ein bisschen steiniger, aber war trotzdem mega spaßig zu fahren. Ah, den Drop hätte ich auch nehmen können. Was ich noch an der Line cool fand, war die Norsche Elementor, die es da gab. Aber die machen echt Bock zu fahren und ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Haut rein und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.